So, da sind wir auch schon wieder. Nächste Mission. Der Tausch. Es gibt zwei Schlüssel, keine Reimtüren, keine verlorene Seelen. Wir besitzen einen Goldschlüssel und einen Silberschlüssel. Los geht's. Der Tausch. 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 also hier ist fettes timing angesagt los nach verdammt okay noch mal von vorne scheiße also ich weiß nicht ob sie im englischen außer war aber gerade in der deutschland gerade in dieser szene die dramatik gefehlt weil die haben ganz langweilig gesprochen nee ich halte jetzt mal kurz den mundus hahaha wie witzig fast aber im gewissen nein konzentration aber zu der inszenierung selber jetzt wenn wir mal von der sprachausgabe kurz absieht also wir hingen gerade die kinnlage runter durch den schreibtisch bis auf den boden im keller war wirklich war wirklich schon geil war schon hätte ich jetzt auch nicht erwartet dass er dass er abdrückt los 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 ach so das auto steht das heißt ich kann mir hier schön zeit lassen also dafür dass die story wirklich so abgeht ich frage mich warum das spiel social ja in anführungsstrichen schlecht verkauft wurde dass das ist kein nachfolger geben wird wegen den verkaufszahlen da sieht man leider aber auch wie weit wir heutzutage sind dass sich alles nur noch um geld und verkaufszahlen dreht close los 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 wie viel ich dzisiaj habe im gesamten ich will es aber jetzt hier nicht herausfordern ein bisschen energie ein paar feinde das ist ja nur hier dann und da haben viele reißen wir den pfeiler aus der brücke los warum hast du es nicht hallo ach nee ah der eisenfaust, ein ironfist stilpunkte mal wieder gut die zeit sowieso zwei minuten 10 war dafür auch nichts gefunden zwei schüsse waren irgendwo versteckt bin nicht gestorben war rang s und wieder der berüchtigte cut aufnahme in drei